Es geht sofort weiter Also es hat ja aufgehört, dass das Spiel abgeschmiert ist, aber dann habe ich kurz einmal Fraps ausgemacht Und es ging dann sofort wieder weiter Mache ich Alter, was ist das für ein krasser Typ Ja, ja, warte Wow, war schon nicht so ein Kurve Was soll ich machen? Okay, ich wusste gerade nicht Ich wusste gerade nicht, was ich als Lutz machen sollte, aber anscheinend hat es funktioniert Bin ich froh drüber Yeah Also ich habe es voll drauf Wie geil Und mal wieder speichern Aber wieso vorhin das Spiel abgestürzt ist, also Ich habe dann sofort wieder weiter gespielt, ich weiß es nicht Wenn wir so einfach fahren, kommen wir super durch Aber wenn meine Mission ist, kriegen wir sowas nicht hin So, mit wem quatschen wir denn jetzt Grüß dich Och, Kombo Schon wieder Hör mich dein Ernst Und da oben sollte es weitergehen Aber es hat nicht funktioniert Egal Egal Mache ich das nicht nochmal Sonst wird das wieder so eine Fail-Serie Ähm, ähm Ah, okay Ja, ja Also ich soll jetzt eine Wii-Watt machen Oder wie es auch immer heißt Hallo Das war ein Na Oder etwa nicht Hallo Achso, oh Oh, 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 okay, okay Don't do drugs Nein, nein, mache ich schon nicht Hallo Hallo, was soll ich machen Ich drücke gerade alle Tassen durch R Ja, ich habe mir die Steuerung umgelegt, deswegen Drücke ich auch R Okay, verstanden Ja, mache ich Okay, 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 okay Ein Rewatt in einen Manuell umhauen Ja, geil Was? Ein Lip-Trick Runter Rewatt und Okay Okay, nochmal Lip-Trick Runter Rewatt und Ach, das ist nicht schwer Das mache ich nochmal Ist nicht schwer Und ich verliere es mir ins Wasser Gut Okay, nochmal Also Lip-Trick Runter Revert Und Sofort Manuell Geil I knew you could do it, man Warte, 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 warte Ich will mich hin dahin, Junge Ja, gut Danke, dass du hältst Wieder aber nach oben Alter, Junge Ich werde fahren Danke Okay, jetzt fahr los Kann losgehen Juhu Alter Was hat das denn für eine Kurve Lalalalalalalalalalalala Okay, reicht jetzt aber Tschüss Ach, schade, man kann nicht den Polizisten umfahren Naja, hätte ja klappen können Hihihihi Leute, fallt ins Wasser Ja So Und einmal nach oben Wow Ey, warte Warte, nehm ich mal kurz mit Dankeschön Ey, warte, 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 warte Ich hänge nicht Warte mal Jaja, ich komme gleich So, danke Ciao Ich bin nicht dein cooles Ding Egal So macht man das heutzutage Yeah Richtig krasser Kombo Ich hätte Hab grad nicht erwartet Dass ich noch drauf lande Ey Krall Ach, war eh nicht gut Dann hauen wir hier uns noch paar Punkte in den Kopf Hehehe Und wieder runter Wieso fällst du hin, mein Kleiner? Hm? Willst nicht mehr Schön Ich hab einen neuen Rekord 71.000 Ey, das war nicht schlecht Hätte das Vorhin so schön funktioniert, dann Wär ich froh gewesen, aber es hat nicht so schön funktioniert Ey, wie viele Missionen muss ich hier noch machen? Damit wir in die nächste Welt können Ich hab noch gar nicht viel gezeigt, aber ich Rast grad einfach nur die Mission durch Ich will möglichst schnell eine Karten freispielen, um ehrlich zu sein Und dann kann man In seiner Lieblingsarte richtig geil abskaten Obwohl die hier auch schon ziemlich geil ist Nur das hier finde ich etwas überflüssig Zack Mit dem Bagger in der Mitte Ansonsten, wenn der Bagger nicht da wäre Dann Wär's okay Ja klar In Ordnung Jo, hau rein Super, mach ich Auch wenn keiner was verstanden hat Man kann's ja nachlesen Was soll ich machen? Achso, äh, Medaille holen Klaro, mach ich Super Waa, juhu Waa, alter Alter, was in Den wenigen Sekunden Soll ich eine Medaille holen? Der hat sie wohl nicht mehr alle Soll ich nicht selber seine Medaille holen? Hehehe Wie viele Punkte bekommen wir dafür? Uh, uh, okay Dritter noch Dritter noch Damit kann man noch leben Damit kann man noch leben Damit kann man noch leben So Ein kleiner Trick zwischendrin Juhu, dancing Und wieder rüber Und dann So Über die Zeit machen wir noch unseren Trick Super Was sollte doch ein paar Punkte geben? Wieso nur so wenig? Was Alter, was soll ich denn machen, damit ich Volle Punktzahl bei dir bekomme, Junge Soll ich dich gestechen oder was? Könnte ich, aber Ich glaube, das wäre nicht der Sinn Ja, Übung Oh, 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 die Zeit tickt schon wieder Die Zeit tickt Nein 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 Hoffentlich sind wir noch dritter Noch dritter? Ja Okay, es hat funktioniert Puh, uh, uh Okay Jetzt machen wir erstmal wieder Scheiße Jetzt haben wir genug Missionen gemacht Jetzt machen wir erstmal wieder Kacke Wuhu Ja Und zack, zack, zack Oh nein, 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 nein Wuhu Legt sich erstmal hin, hier, komm Ja Ich bin Madonna Und nach unten geht's Fällt doch alle ins Wasser Banane So Was können wir noch zeigen? Komm, hier lang Einfach mal alle Strecken ausprobieren Die, weil ich hier so machen kann Ich hoffe doch, die GEMA kriegt mich nicht Dass mich die GEMA nicht reinkriegt, also Diese GEMA, also wirklich Wieso die das machen, verstehe ich eigentlich auch nicht Vollkommen im Nütz, finde ich das Naja, egal Ah, da fällt mir gerade was Gutes ein Okay Hallo, liebe GEMA Meine Mutter hat letztens Eine Kassette Aufgenommen Vom Radio Und da Ich ja ein guter Bürger bin Sage ich Euch nun Bescheid Aber bitte Verhaftet meine liebe Mutter nicht Denn ich möchte auch noch In Zukunft weiter Die Schlümpfe hören Dankeschön So So in etwa So in etwa könnte sich das aufspielen Das ist doch krank Naja, egal Solange mir die GEMA erlaubt Hier Die In-Game-Musik Laufen zu lassen Dann bin ich schon ganz Ruhig Äh Yo Ich weiß jetzt, was ich mache Ich gehe sparen Badeparty Heute Nacht Heute ist mal wieder Schöner Tag Hui Und baden Und nochmal Komm Erstmal einmal Durch den Bagger Zack Und jetzt gehe ich baden Mit einem Kickflip Wuhu Ja, gar keiner geworden ist Aber egal Wir sind trotzdem baden gegangen Ey, der war ja geil Ganz knapp Ich fahre dich um Auf Menno Fall doch hin Ja, was ist denn Irgendwer hat mich gerade Angeschnauzt Hey Skater Was denn Was denn Was gibt's denn Gut Machen wir mal hier Die Mission weiter Herzlich willkommen Zurück in Tony Hawk's Pro Skater Nr. 4 Wo hier gerade Was Etwas schief gegangen ist Nämlich Die Festplatte Vervoll Und dann hat Fraps einfach nicht mehr aufgenommen Und mir ist das erst zu spät Aufgefallen Und jetzt habe ich hier schon Die Mission geschafft Die hier war Oh, da ist jemand An der Tür Ich komme gleich wieder Da bin ich wieder zurück Und jetzt gucken wir mal Was die geheimnisvolle Stimme Von uns möchte Baseball Mit einem Geist Wie geil Okay Oh geil Oh, schade Nochmal Fail Äh Ist ja witzig Huah Baseball Hey Wo kommt man dann Die ganze Kann man das Unendlich lange Spiel Und bekommt die ganze Zeit Geld dafür Ist ja witzig Dann machen wir heute Eine Baseball Runde Oh, hätte ich fast Den Polizisten getroffen Oh Oh Schon zu Ende Doch gar nicht Nochmal Das ist witzig Ja Was für ein Schuss Oh, schade Baseball Ja, ich habe das Spiel gerade gewickelt Das ist nur keinem aufgefallen Und nochmal Ja Scheide, dass wir nicht noch laufen müssen Das wäre cool Oder fahren Baseball Don't pitching In Ordnung Dann sprechen wir doch gleich mal Diesen freundlichen Typen an Okay Huah Huah Hä Was ist hier Die Aufgabe Ach du Scheiße Geil Geil Ist das cool Und nochmal Was hier alles für merkwürdige Missionen gibt Ja, ist schon merkwürdig Komm Ah, schade Vielleicht schaffe ich es noch mittiger jetzt Komm Ja Perfekt Wow Ganz knapp Oh Da Klatsche ich daneben Schade Und nochmal Oh cool Erstmal Hingelegt Aber dieser Looping Eile Ist schon so richtig geil Und noch eine Runde Und noch einmal Ich darf hier aber auch glaube ich nicht rausfallen Das meine ich Ganz knapp Ganz knapp Ganz knapp Ganz knapp Gott Geschafft Wie geil Wie geil Wie geil das einfach nur ist Gerade Das ist die Rampe hier Das ist ja cool Das kann ich immer da runter springen oder was Und noch eine Runde Und noch eine Runde Also muss ich immer gut mittig landen 10 Punkte habe ich jetzt 30 Wie viele Versuche habe ich noch? Ja Sehr gut Da muss ich ja immer 20 bekommen Oh Und Ja Jetzt klappt es mal Langsam Uah Schön gelandet Wollen wir schon Vorher abspringen Bevor man Das Ende der Rampe hat Glaube ich Dann Kommt man relativ mittig Total 230 400 Punkte Was haben wir das denn schaffen? Den 10 versuchen Da muss man ja Sehr sehr gut sein Und Wie ich das schaffe Zeige ich euch In der Nächsten Folge Bis dahin Schau mit SCH Und zack Platsch Amen Hey Wow Ich komme TV